Ein Paul Schahner war als Fußballprofi im Endeffekt im österreichischen Fußball nie wirklich willkommen, aber ich habe es trotzdem zu etwas gebracht. Aber eins muss ich schon dazu sagen, er ist sicher nicht der David Copperfield. Ein Paul Schahner, wenn die Wertschätzung nicht passt, dann werde ich ungemütlich. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmarker ab heute, ja? Damit du mal... Paul Schahner gegen Idriss Kameni. Ah, kein schlechtgeschoss. Miserabelt leider geschossen, dieser Elfer. Ein Paul Schahner. I'm just a little Austrian boy and I'm playing in the Premier League. I'm just playing in the Premier League and it worked. Ah, hear me with that thing, oh, what a so... Ein Paul Schahner. And for the standing, for the team and the table and yeah, I think we should get back on the winner street. The, um... What are you doing? Ein Paul Schahner. You could, you could, you could say if, if my aunt has a f***, then it would be my uncle, you know? Don't even get news, ah. Come back, come on. He's ready. He's ready. So, is he ready? Un Paul Schahner. Preppy students, we'll get here to the left. Bring it out and get off the room and get off the room. We'll throw it out and get off the room again, let's get the room on the right. Un Paul Schahner. Un Paul Schahner. Un Paul Schahner. Un Paul Schahner.